Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde GTA 5 Wir sind mal wieder aus der PSN rausgefunden, das macht jetzt gerade aber überhaupt nichts Ähm Oh da war ein schöner Äh Aston Martin, aber den soll mir jetzt mal egal sein, da packt einfach mal weiter Ähm Wir müssen zurück zum Jode Claude Ne äh Javier, ne wie liefst du denn der Kerl? Warte ich schaue nach, ich schaue nach Jode, Jim Jim Jimbo Evo ist mit J J Hallo Hallo Ist doch um meinen Wegburg markiert, deswegen müssen wir eigentlich sehen können, wo ist er denn hier Josh Josh Heezer Wir müssen zurück zum Josh, für den wir den äh lieben, diese Evoey einfach mal so ein bisschen erschreckt haben Damit er sich aus dem Geschäft zurückzieht und jetzt bekommen wir unsere geliebte Belohnung In einem Motel und was im Motel so als Belohnung äh geben könnte, könnt ihr euch wahrscheinlich fast schon denken Aber ähm Einer der relativ einfachen, weil man einfach nur drüber fahren muss und äh dann sollte man eigentlich schon ohne Probleme da durchkommen Äh Aber wie gesagt, die werden wir irgendwann später auch noch alle abklappern, davon haben wir ja 50, genauso wie wir von den Briefen und Ufo-Teilen 50 haben Der wird es dann irgendwann mal ein paar Folgen zu geben Damit ihr mal seht, wo die sind, vielleicht macht ihr noch jedes Mal die Karte auf, wo wir gerade stehen und so weiter und so fort Mal schauen, wobei wir ja schon von jedem zwei gesammelt bzw. gemacht haben Deswegen ist das schwierig, es die nochmal zu zeigen Immer mal überlegen, wie wir das dann machen Nicht wahr? Hier geht's glaube ich rein Hallo Da sitzt er schon wieder Hallo, Josh Josh Hallo Na steh auf Tony, Tony 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 Und nun? Er hat glaube ich noch mehr Probleme. Ja, du kennst das Haus auf Eclipse, wo ich in fronte standen habe? Ja. Du kennst es? Okay, okay. Okay, das ist mein altes Ort. Und es ist in Foreclosure. Aber wenn etwas passieren würde, ein Gas wird geöffnet, dann würde ich die vollen Wert in die Inschutzung. Ich sage es. Ja, ich verstehe. Ich liebe dich. Ich bin wirklich glücklich, dass du meine Frau verletzt. Jesus. Ach so, das machen wir auch alles natürlich mit Joist Auto. Gasoline check. Oh man, also der Typ ist wirklich Knaller. Der Joist ist ja auch schon sehr am Boden. Das fliegt gleich wie Luft, du Trottel. Zumindest schätze ich das mal. Ich mach mal den Weg weg. Der verwirrt mich sonst nur ein bisschen. Und wieder rauf, zu dem schönen Haus. Ich dachte, da könnten wir vielleicht ansehen. Aber vielleicht bekommen wir was von der Versicherung. So mal. Hoffe ich doch zumindest mal. Just when I thought this situation couldn't get any more messed up. If I'd known she was his wife, I would... No. Who am I kidding? Oh ja. Natürlich wird das. Jetzt müssen sie sich irgendwie über Wasser halten. Na, ich weiß ja nicht. Was halt, wenn man hier irgendwann versagt, dann fällt man wahrscheinlich sehr tief. Weil je weiter man oben ist, desto tiefer kann man ja auch fallen. Komm, ist mein Ding so groß, mein Bild so groß. Und da rückt einer an. Ja, ja ja ja. Wie kann es falsch sein, wenn es so richtig fühlt? Der ähm, oft erzählten Vordergeschichte und auch als wir die Frau vom Mr. Mandreso oder Mandresa, wie hieß er, Mandres, ich hab keine Ahnung, ist nicht, äh, Martin, ne? Unser, äh, mexikanischer Freund, äh, dass wir die zurückgepackt haben, war ja auch sehr verstört und sehr amweilen, der arme Kerl. Das hatte einem fast schon leid, oder? Aber nur so ein bisschen. Den, dann macht er jede Menge Sachen, um es wieder zu, äh, zerstören. Komm ich hier rein? Müssen wir hier drüberklettern, oder was? Na dann. Hallo. Mein neues Haus. Da hätt man da hinten rausfahren können. Ich glaube nicht, dass er wirklich noch hier wohnt, oder? Wo ist denn der Grill? Ah, wahrscheinlich hier hinten, oder? Hallo. Ah. Im Pool ist sogar Wasser drin, irgendwas stimmt hier nicht. Schütte eine Benzinspur auf den Boden, das kennen wir ja schon. Na, da ist es. So, dann machen wir das doch mal. Einfach mal hier so ein bisschen rein, na, komm. Das ist alles für dich, Mrs. Bernstein. Irgendwas... Ich hab irgendwie das Gefühl, da stimmt was nicht. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber... Ja, könntest du. vor allem, weil du ja jetzt ein Haus voller hast, aber ist ja egal. Ja, da könnte man auch jeden Tag hängen gehen. Oh Gott. Ich hab so ein bisschen das Gefühl, der verarscht unser Typ, oder? Schieß auf die Benzinspur, damit sie in die Luft geht. Hier oben machen wir. Okay, jetzt liegt wir drüber, oder? Kann man nicht. Der kommt aus Feuer, das böse Feuer, ist alles verbrennt. Verlasse das Gebiet. Machen wir das doch. Oh, es brennt da vorne jetzt raus. Am Haus, es wird sogar schwarz. Verlasse das Gebiet. Machen wir doch locker. Komm schon, wir gehen da... Out in die Luft, ja... Direkt die Polizei. Mach mir so nix. Josh Bernstein, Realty. Ich höre das Haus an der Eclipse, ist jetzt heiß. Excellent. Lass mich über meine bessere Hälfte, und wir kommen zurück zu dir. Ach so, das war es schon wieder, oder was? Wie, das war schon wieder bestanden. Grundbesitz, warm, wärmer, heiß. Der Feuerteufel. Verständlich, ob wir noch mehr anstecken können, oder? Jo, ich glaube, es ist da wieder reingeht. Dauert es ein bisschen. Automatisch, Peichern, im Pausenminus. Derzeit ausgeschaltet. Warum ist das schon wieder ausgeschaltet? Bitte schalte es wieder ein. Äh, bla, bla, bla. Schalten wir mal wieder ein. So, und nun? Nix. Gott, der gibt's nicht mal was dafür, der Arsch. A weird guy. So, der Wecker mal zurück auf Michael. Der auch vielleicht sogar schon in seinem Haus hier hockt. Neue Trinkare, ein Kaffee. Mmm, lecker Kaffee. What happened to American mainstream movie making? War sie nicht, aber ich glaub, das kann man doch nicht leisten. 30 Millen, das ist etwas hier. Tötig kein Auto oder sowas. Auto. Säge zu fußigen laufen oder was? Nicht löschen, das ist kein Problem. Okay, lebt uns gleich durch. E-Mail. Was steht denn in dieser E-Mail? Keep Coolio, Baby. It's just a card. Ich mache dich reich, Mann. Nicht löschen, das ist kein Spam-Mail. Das sieht man an den Typen, dem du das Fahrrad gestern zurückgeholt hast. Tja, das bin ich. Und ich bin Steinreich. Kennst du Animal Ark, den Biotierladen? Ich habe die Firma vor drei Jahren gegründet, als ich 17 war. Und jetzt gehören mir acht Häuser oder so. Biotierfutter, es hat sich als totaler Krieg erwiesen. Aber es ging mir nie um das Geld, selbst als ich die Firma in die Bäuse gebracht habe. Und es hat mich auch überhaupt nichts verändert. Ich gehöre zu der neuen Generation von Millionären. Ich halte nichts von Zynismus oder harter Arbeit. Geld ist bedeutungslos, wenn man gastlich leer ist. Verstehst du, was ich meine? Als du mir geholfen hast, hast du nicht den erfolgreichen Gefällsmann in mir gesehen. Du hast nur einen jungen Typen gesehen, dem dein Rad geklaut wurde. Und das ist der arme Alter. Also pass auf. Ich überschreibe dir Animal Ark Aktien im Wert von 100.000 Dollar. So habe ich was in dich investiert und du hast in mich. Klingt cool, oder? Okay, Animal Ark. Schauen wir mal nach, was die so bringen. Da müssen wir mal gucken. Hat der Konkurrenz Animal Ark? Schauen wir mal gerade nach. Animal Ark. Zu aller Kurs. Aktien im Depot 709. Okay. Wenn wir die verkaufen haben, wahrscheinlich direkt 700.000. Aber lassen wir mal gerade. Verkaufen wir die einfach mal, wenn... Behalt man Animal Ark einfach mal ein bisschen im Blick. Er scheint ja gerade zu steigen. Äh, ich weiß nicht. Hat der irgendwie Konkurrenzen oder sowas? Ein Konkurrent wäre doch mal super von dem. Was haben wir hier? Ponsy Boys. Ich höre gar nicht. Ist doch gerade mal in die Ecke. Können wir mal gerade reinschauen. Wir haben ja noch ein paar Minuten. Arschloch. Geh weg da. Back, 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 back. Ich möchte gerne mal hier packen Ponsy Boys. Ne. Wie heißt die Ponsonbies? Oder Ponsonbys? Oder Ponson-Bys? Oh naar Bys? Sportbekleidung? How can I help you? Präsident Kusses in that box?? R cutest shirt! iovascular distint CAL? Undcómo weiß den天? Na äh ein coolant welchen Ganzen sie kaufen? Nier Polo war ja schön orange war ein tolles Jahr ach so oder gibt sogar Sachen für unter die Jacke okay das ist ja mal cool das hoffen uns natürlich der direkt grauer schwarze Handy, becher Handy kommt uns mal alle mal grauere Hölfen, ne gestreicht brauchen wir nicht V-Eurschnitt brauchen wir auch nicht ha ha nett 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 wie er da steht, Anthrazit, was haben wir hier, einen hellblauen Anzug bauen wir nicht, bauen wir nicht grün-graus Sakko, grau-sakko, ja blau hellblaues, weißes Sport-Sakko sehr interessant, ja Hosen oder sowas, um die Anzüge anzuschauen, ja vielen Dank das ist ja keine Kamaten oder sowas kaufen können Jacken, die haben wir glaube ich alles sogar gekauft, oder? Gegenschein im Besitz, haben wir alles schon gekauft, was haben wir hier? nichts, ja auch nichts alles schon gekauft, oder was, was wir kaufen können, hallo, was ist hier vorne? auch nichts mehr aber eins, was vielleicht besser passt, ja darfst du gerne mal machen, was vielleicht besser passt zu unserer zu unseren jetzigen Klamotten von denen äh, ein marineblau, das passt doch auch schon besser dazu oder ein helles, das wird zu unserer Hosen passen einigermaßen, wie zum Beispiel der Beige oder, na, was ist mit Bulli oder der Graue hier wahrscheinlich komm, wir nehmen mal bei dem mal das passt doch schon zu Blau und so andere äh, unsere anderen Sachen, dann haben wir mal ein bisschen was Neues im, äh, im Kleiderschrank da fühlt sich der Mann von morgen doch ein bisschen lässiger ja, sollen wir mal Golf spielen, was haben wir noch, jetzt haben wir es 15 Minuten, also lange dauert die Folge ja nicht mehr, deswegen möchte ich da nicht mehr allzu viel starten komm, wir weiter komm, wir weiter aber das große Ding ist natürlich nicht vergessen ich will kein Teil spielen, was haben wir denn sonst noch haben wir vielleicht noch irgendwo was zum Springen in der Stadt haben wir noch ein paar Sachen zum Springen fangen wir doch einfach mal dahin ja, you bastard, yay natürlich bin ich einer, was denkst du denn? ich bin ein netter Kerl der nette Kerl von nebenan ich glaube, die Hoffnung, die ist schon längst vorbei, Mann, Freund dass ich irgendwie ein netter Mensch bin ja, guck mal, jetzt hab ich immer eine Katze im Auto das ist doch nicht schön Mann das ist immer so gemein, dass die die Autos so schnell kaputt machen das ist geil gehen das ist geil gehen das ist geil gehen und zwar wegen dieser Aushaussweise das muss auch sein komm, wir drüber das haben wir überhaupt wie ein Auto das sieht gar nicht mal so schlecht aus auch wenn mir die Farbe jetzt ein bisschen unbedingt so gefällt obwohl, so ein weiß geht natürlich eigentlich immer aber ich bin sowieso einer, der eher auf matte Farben steht auch wenn sie teurer sind wahrscheinlich, aber matt ist immer ein bisschen teuer der matt ist matt und matt lässt alles irgendwie, ich weiß nicht warum, aber es lässt alles irgendwie etwas hochwertiger wirken als die Glanzsachen da hat das weiterlaufen hier, Lady 2000, okay, 1800, 200 haben wir immer gekriegt, ein Zehntel ich glaube, man kriegt immer ein Zehntel, oder? wenn man das zurückgibt, man kann das natürlich auch behalten 2000 wäre natürlich lohnenswert, das mal zu behalten, aber warum? ähm ist das hier oben drauf, oder was? müssen wir erstmal irgendwie wieder drauf kommen, oder? oder ist das hier unten drin? ach, hey hallo ja, aber ich musste erstmal irgendwie drauf kommen, wie war das denn? ich glaube, hier war der erste Fahrstuhl, oder? ja hier waren wir mal mit Franklin oben drauf, als Attentat-Mission die wir übrigens alle hätten aufsparen sollen, habe ich gehört ich komme gar nicht mehr rauf, hallo? äh ich muss doch jetzt nicht irgendwie anders auf das Dach aufkommen, wie soll ich denn anders auf das Dach aufkommen? na gut, ich kann mir natürlich vorstellen, wie ich das machen soll eher Lombardati, hellon fahr doch einfach mal mit meinem Hubschrauber oben drauf, beziehungsweise fliegt natürlich, er fährt ja nicht ein Luftschiff fliegt, er fährt dafür aber, glaubt ihr, oder? na, wo kommt man denn hier sonst drauf? da liegt er einfach hier irgendwo rum ich sehe aber auch nichts hier rumliegen also, die steht ja schon mal unten rum, das ist ja auch schon mal so, dann muss ich hier hoch ich glaub, hier kommt man hoch, oder? da ist zumindest ne Leiter versuchen wir es einfach mal hier na komm oh, da geht's aber ein gutes Stück nach oben Michael, streng nicht an die Acke ist von hinten grün aha, sehr interessant ja, ich mag diese, diese Shirts, sag jetzt mal mit, äh, ohne richtigen Kragen die Pullefits ohne Kragen, weiß nicht, wie man sie richtig nennt wahrscheinlich, äh, das wie sie da im Spiel schon hier, ähm, heißen haben, war wahrscheinlich schon das Richtige ich muss mal einen Schluck trinken ach so, auf der anderen Seite geht's natürlich weiter, ist das ein Kran, oder was soll das eigentlich sein? ach so, jetzt müssen wir immer wieder die Seite wechseln, oder was? weil da oben ist ja schon wieder eins, das dann zu geht wie es auf der Außenseite dann hochzuklettern ist so hohe Leiter hat übrigens keinen Spaß Moment mal grad muss ich wieder husten kratschen, so ein Hals noch ach, was tut, wenn einem der Hals immer so ein bisschen kratzt, ähm also so hohe Leitern können sehr gefährlich werden denn das ist anstrengender als man denkt also so Leitern hochklettern sieht ja eigentlich immer einfach aus mal einen Fuß, ein Bein nach dem anderen aber das eigene Körpergewicht reißt einem ja immer nach unten wegen, äh, der ganzen äh, Schwerkraftdinger und so weiter deswegen sind die Dinger nie so zu unterschätzen, wie man vielleicht denkt und grade wenn's lange Leitern sind dann ist auch immer so ein bisschen Pflicht dabei sich selbst anzuleinen also mit so einem Sicherheitsgurt mit so einem Seilsagen, das immer mit sich zieht damit man, falls einem die Kraft ausgeht und nicht wenigstens nach unten purzelt weil dann, äh, wäre es wahrscheinlich vorbei mit einem schon mal vor, wir würden hier runterfallen dann wären wir wirklich tot kann auch schon, da ist auch direkt ein Warnschild dafür dass man besser nicht hier runterfällt nicht wahr, weil kann ja sehr gefährlich sein also, falls ihr mal an so ein Gebäude hochklettern sollt an so einer Leiter macht euch weg, sichert euch damit euch nichts Schlimmes passiert wir müssen noch ein paar Mal hier draufklettern das ist ja ein hohes Gebäude ähm, bei uns gibt's zum Beispiel so Leitern wenn ihr, ähm, mal an die Windräder denkt die müssen irgendwann auch gewartet werden und innen drin ist auch eine riesig lange Leiter drin und um darauf zu kommen, muss man sich auch sichern ich frag mich nur, warum hier nur Kabel sind und nicht zum sichern äh, wahrscheinlich haben die das nicht bedacht oder so also, keine Ahnung aber Hauptsache an den Strom denken auch sehr wichtig, sind wir aber schon sehr weit oben schon einige Gebäude sind und wie das Hotel hier das Schöne und die ganzen Dinger um uns herum was haben wir da? sind wir gerade? Schlomburg irgendwas das ist eine Bank oder es ist ein Anwalt oder sowas und da vorne haben wir auch wieder die Mesa Bank oder die Maze Bank diese ganz riesige Bank wo wir auch mal runter gesprungen sind äh, mit und dem Dominator dass wir ihm gar keine Mästen mehr von ihm bekommen wundert mich gerade ein bisschen vielleicht bekommen wir die einfach noch wer weiß wer weiß wer weiß schon wie hoch es geht oh ja oh Gott, wie oft müssen wir noch hier raufklettern? die Spitze kommt zwar näher aber oh mein Gott also einfach so roterspringen will ich natürlich nicht weil äh tot und so ist auch nicht so nett ich hoffe das Ding ist überhaupt da oben weil hier komplett runter ist irgendwie doof da hätte ich keine Lust denn in der nächsten Folge geht es dann weiter mit unserem großen Coop äh, denn das ist eine Mission die ja bei Michael noch offen ist und dann schauen wir mal äh, was wir ja nach und nach alles so bekommen können und äh, wann auch der Coop wirklich los geht und wie viel Vorbereitung wir da zu tun haben und was wir da zu tun haben wie er vonstatten geht und ob Michael dabei wirklich gefasst wird ich, äh, hoffe es nicht und auch wie sich die ganze Sache mit Brad und so weiter noch äh, zuspitzt denn wir wissen ja, Brad ist tot den gibt's gar nicht mehr und, oh, da oben ist sie um die Spitze des Krans man kann sie so langsam, äh, ahnen man kann sie so langsam sehen, ahnen ja nicht man sieht sie ja schon und ich glaub da müssen wir gleich irgendwie vorsichtig rumlaufen oder wenn es die Kamera richtig deutet die Kamera, die Karte richtig deutet sind wir eigentlich unter dem Fallschirm direkt das heißt wir springen wahrscheinlich vom äh, vom Kran direkt runter mit einem äh, also Leute die hier, glaub ich, Höhenangst haben die könnten auch hier schon ein bisschen murmig werden im Spiel obwohl es nur ein Spiel ist weil ich hab grad so ein paar Probleme da würde ich nicht runterfallen, weil ja, die Alarmsignale hier ich glaube, wir haben gleich den letzten die letzte Treppe auf der Außenseite die letzte Treppe, die erste Leiter die letzte Leiter auf der Außenseite, nicht die erste weil wenn ich das richtig sehe, da oben geht's direkt äh, zum Loch und die Kamera sieht sich grad so komisch ich kann sie auch nicht wechseln hallo oh, da ist schon das, die Oberseite des Gebäudes und der ich spitze grad wenn ich ehrlich bin oh, ich weiß nicht warum ich bin froh, dass ich selber hier nicht hochkratzen bin ich würde, glaube, das nicht so ganz gut hinkriegen wie er jetzt hier so, und da haben wir schon die nächste, kann er eigentlich schneller klettern? ja, er kann auch schneller klettern dann würde ich das geduld halten hätten wir vielleicht auch vorher mal merken sollen, aber naja, jetzt ist eh zu spät ich hätte mal vorher, ihm verlässt dann die Ausdauer, die Kraft so, und es geht noch weiter nach oben oh Gott, es geht noch weiter nach oben ich hab Angst und es geht noch weiter nach oben oh Gott aber es sieht cool aus mit den ganzen Nichtern jetzt hier ah so schön, dass wir ganz oben sind die Maze Bank und nun? wer hoch steigt der fällt auch tief ich hab endlich meine Maze guck mal, da oben liegt noch irgendwas was liegt denn da oben? ich schau mal grad noch nach spring vom Kran und benutze ihn, um auf dem Lasser zu landen yeah, schon wieder sowas was haben wir denn hier? von all den Dingen, die mit einem Kampf mit ich muss gravide ja komm, wir haben einen Briefstitzel gefunden klettest du wieder hoch? Michael? Michael? hallo, er klettert nicht mehr ah, Gott sei Dank ich wollt grad sagen, springt jetzt nicht mehr runter, oder was? oh man ach, wir können uns auch so runterrutschen okay okay, 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 okay das geht von hier gar nicht wir sind hier ein bisschen abgesichert wir müssen hier runter, oder? oh Gott, warte dich warte dich crazy hohohohoho so, wo ist der Lasser? ist irgendwo weiter da oben wo ist er denn? ich sehe ihn gar nicht mehr ich glaub wir sind viel zu spät abgesprungen ob das doch zu schaffen Tinkle! wie kennt ihr noch Tinkle von The Legend of Zelda? da ist er The Legend of Zelda Tinkle äh, das war nicht gut das war klar, dass das schlecht ist Michael ist tot wir müssen also viel viel später alles aufmachen ich dachte der wäre irgendwo ganz weiter hinten da steht er direkt da vor unseren Füßen auch nicht so toll so, machen wir mal auf jetzt sind wir ziemlich tief gefallen wo ist denn der LKW? da hinten ist er irgendwo da fährt er ja ich glaub jetzt sind wir zu tief gefallen, oder? so, da kann man mal so ein bisschen anvisieren wap 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 wų aber wir sind drauf gelandet und wir leben noch geschafft table hochspriegt Landegenavigkeit 100% Landebelohnung 200$ down.und das war's für diese Folge wir haben einen Sprung noch geschafft haben neue Klamotten für Michael und sind jetzt auf einem LKW Und ich würde sagen, ich hoffe, das hat euch gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von GTA Online. Äh, GTA Online? Nein. GTA 5 natürlich. Bis dahin, euer Mosher. Und was ist das? Nice car. Ein impotent, äh, imponte Phoenix, ein muscle car. Ja, bis zur nächsten Folge, euer Mosher. Ciao, ciao.